Heute habe ich einen Gast als Gesprächspartner, der sich Medienprofi nennen darf, mit allem Recht. Ich bin stolz, dass wir bei ihm im Garten sitzen und Gespräche führen. Es ist kein geringer, in Basel kennen sehr viele, um nicht zu sagen fast alle, es ist der Roger Thierrier. Roger, danke, dass wir zu dir in den Garten kommen und ein Gespräch führen dürfen. Ich möchte erst einmal fragen, wer du als Privatmann bist? Als Privatmann bin ich in Basel. Mit allen Institutionen, die in Basel wichtig sind, bin ich einigermassen verbunden bei der Aufpraxen. Ich war immer ein klein Basel. Ich habe eine Familie, zwei Söhne, die ihren Weg gemacht haben. Ich habe mittlerweile zwei Enkel und bin seit fünf Jahren rechtlich und finanziell gesehen pensioniert. Aber als Selbstständiger Werbender, da kommen wir sicher auch noch drauf. Du bist ja im Sternzeichen Vogue geboren, das sind ja eigentlich so harmonische Leute. Bist du sehr harmonisch? Ja, ich bin ausgesprochen Vogue. Das haben mir immer alle, die daraus kommen in diesen Bereichen, das gesagt. Wie viel Egoismus steckt eigentlich im Roger Thierrier? Das ist schwierig für mich, das zu beurteilen. Das müssen vielleicht eher meine Freunde sagen. Aber wenn ich eine eigene Beurteilung vornehme, dann komme ich eigentlich zum Schluss, dass ich wenig egoistisch veranlagt bin. Jetzt zu deiner Ausbildung, das muss ich herunterlesen. Du hast von 56 bis 60 die Primarschule in Basel besucht. Anschliessend bist du an 68 ins Humanistische Gymnasium in Basel gesehen. Du hast das Ganze mit dem Matura Typus A abgeschlossen. Das ist latinischer Zeit, oder? Latinisch und Griechisch. Und Griechisch? Das gibt es eigentlich praktisch nicht mehr, alte Sprachen. Anglistik, das ist die Wissenschaft für Englisch Sprache. Romanistik und auch noch eine Geschichte an Uli Basel hinter dich mit Bravour gebracht. Und dann geht einer wie du zum Schweizer Radio. Ist das mir weg, oder könnte man das auch noch einfacher haben? So wie du es jetzt erzählt hast, ist es natürlich in der zeitlichen Achse nicht ganz gewesen. Oder ich muss das vielleicht von einer anderen Seite her aufzäumen und sagen, ich habe von klein auf gern bis begeistert Radio gehört. Also Kinderstunde um halb sechs bei Radio Bäromünster. Das war bei uns daheim also die Pflicht gewesen. Und danach, als ich dann in der Schule und im Gymnasium war, hat der Radio, trotzdem hat es glaube ich noch Schweizer Radio geheiss, habe noch nicht einmal Radio DRS am MUBA einen Stand aufgemacht. so einen Glaskasten, wo ja meine Idol, meine Werb oder Christoph Schweigler oder Albert Werner in Sendungen vor Publikum präsentiert haben. Und ich wusste eigentlich, seit ich zehn, zwölf war, da will ich einmal an, das ist dann einmal mein Job. Und dann habe ich die Schule abgeschlossen, selbstverständlich. Und dann ist es ja auch darum gegangen, dass das eigentlich nicht wirklich ein Job war, sondern dass vor allem auch die Eltern gesagt haben, zuerst müssen wir etwas studieren, wir müssen etwas lernen. Und dann habe ich mich dann einmal eingeschrieben an der Uni und bin dann aber gleichzeitig auch am Radio gehen vorsprechen. Ich bin dort angenommen worden als Ansager, also noch im Programm Ansage, zweites Programm, sie hören nun und Konzerte und Dirigenten und so weiter. Und habe dann das parallel gemacht eigentlich. Ich habe dann schon beim Radio eigentlich ein volles Pensum gehabt als freier Mitarbeiter in diesem Sprech- und Moderationsdienst, habe dann aber gleichzeitig noch mein Studium abgeschlossen. Wieso bist denn du eigentlich mal als Ersatzlehrer für Französisch, Marco? Ja, ich hatte tatsächlich einmal eine Klasse, eine Franzi-Klasse im HG. Dort sind so heute Prominente wie Rudi Rechsteiner, Paul Seger, unsere Botschafter in Berlin heute, sind in dieser Klasse gewesen, die haben bei mir Franzi gelehrt. Aber es war also nur ein Jahr gewesen, und zwar nur bin ich ein Notnagel gewesen, vom zumaligen Rektor. Wenn man sich das alles so anschaut, was du studiert hast, auch mit meinen Lehrern, hast du das Gefühl, dass du dich ein bisschen unter dem Wert verkauft hast? Nein, das habe ich ganz klar nicht. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich gerne gemacht habe, was ich auch wollte und meine Ziele erreicht habe. Da haben wir sie auch immer wieder neu gesetzt. Ich habe praktisch so alle sieben Jahre, wenn ich meine Laufbahn anschaue, etwas anderes gemacht. Und dort, wo ich war, bei dem, was ich gemacht habe, war es mir immer wohl. Und eben, wenn man jetzt so vergleicht, wo ich im Radio meine Karriere gemacht habe, hat zum Beispiel der Mani Weber, ein paar von deinen Zuschauern, der vielleicht auch noch kennt, der erste richtige Fernsehstar in der Schweiz, coolen Kampf, diese Generation. Das war ja unangenehm, wie der Mann in der Öffentlichkeit gestanden ist und wie der gefeiert wurde und was der auch für Belastungen erlebt hat. Das wollte ich nicht. Also von dort her bin ich. Wenn du den Ausdruck verkaufen gehst, habe ich mich genau richtig verkauft. Das ist super. Du hast eine leitende Position beim Radio Basilisca. Du hast für Schweizer Radio und Fernsehen gearbeitet. Dann wieder für die Basler Zeitung. Mir scheint, dass du eine sehr hektische, stürmische Zeit gehabt hast. Was genau hast du eigentlich beruflich gesucht? Wenn du all diese Sachen machst, ausprobiert. Jeder andere sagt ja, er will jetzt Mauer werden oder Bäcker werden oder was weiss ich was. Aber du hast so viele Stationen hinter dir. Was ist eigentlich dein Ziel gewesen? Ich wollte einfach in den Medien arbeiten. Und ich hatte das Glück, in einer Zeit jetzt aktiv zu sein und mein Berufsleben zu haben, wo in den Medien natürlich wahnsinnig viel passiert ist. Und von dort her, ich war kaum beim Schweizer Radio als freier Mitarbeiter, da war ich fest angestellt. Kaum war ich dort, hat man gemerkt, jetzt kommen die Privaten, jetzt muss man die DRS 3 konzipieren, man muss da gegen eine Steuer geben. Als das DRS 3 auf den Beinen gestanden ist, habe ich gemerkt, für das bin ich eigentlich zu alt. Und für das, was auf die DRS 1 weitergelaufen ist, eigentlich zu jung, dann bekam ich den Ruf zu Radio Basilisk. Und kaum war ich dort etabliert und habe dort das mit Hans-Rödi Ledermann und Christian Heb zusammen auf den Weg gebracht, kam der Ruf von diesen Kollegen und der Baselzeitung, eine Fernsehinfrastruktur auf beide Stellen. Dann war ich der erste Leiter elektronischer Medien mit der Baselzeitung. Ich habe schon wahnsinnig viel gemacht, aber es hat auch immer gemacht mit mir. Die Medienentwicklung, der schnelle, rasche Wandel in diesem Segment hat mich mitgetragen. 1995 bist du Dreibuchautor dieser tollen Seifenopfer Kaffeebal. Ich habe es auch immer noch gerne geschaut und irgendwann ist das einmal fertig gewesen. Wieso ist eigentlich das wach abgegangen? Das ist natürlich nicht wach abgegangen. Kaffeebal war eine der erfolgreichsten Sitcoms in der Geschichte vom Schweizer Fernsehen. In zehn Jahren haben wir 150 Folgen produziert, alle 14 Tage eine aktuelle Folge. Drei Buch von 90 Seiten geschrieben für 25 Minuten. Das hat sogar die populärste Sitcom fast eine Familie von Charles Lewinsky geschlagen. Die haben es nur auf 99 gebracht, wenn ich mich recht erinnere. Dass so ein Format, dass das zehn Jahre läuft und dass das zehn Jahre Erfolg hat, ist für das Schweizer Verhältnis aussergewöhnlich. Wenn du jetzt sagst, ich würde mich unterverkaufen. Da haben wir eine super Arbeit geleistet. Seit 1998 besteht die Ein-Mann-Firma wie heißt die Rochettirien Texte. Was passiert denn da genau? Das ist ja ganz lustig. Als ich dann auch wieder neben meiner Tätigkeit bei Radio Eviva das habe ich dazwischen auch noch gemacht. Nach der und der Baselzeitung bin ich auf Zürich zur Radio Eviva habe dort Volksmusik und Volkskultursender aufgebaut für kurde Medien. Und parallel dazu schon im Nachfolger bei der Baselzeitung im Peuli Burkhalter zugesagt, ich würde ihm helfen so eine Sitcom zu konzipieren und entsprechend dann auch drei Bücher zu schreiben. Und für das hat man mir geraten aus steuerlichen Gründen eine Firma zu gründen. Und dann bin ich einmal und ich dachte, Jesus Gott, soll ich eine Firma gründen? Ja. Und dann bin ich einmal an der Martinsgasse vorbeigelaufen. Das Handelsregisteramt war dort und es heisst geöffnet bis 11 Uhr. Und das war 2 vor 11. und nachher bin ich dort rauf und habe anklopft und bei ihnen und habe gesagt, ich weiss, sie machen gerade zu, aber ich will gerne eine Firma gründen. Was muss ich machen? Ich habe gedacht, sie gibt mir jetzt eine Sädle, die ich dann studieren oder ein dreiseitiges Werk und so. Dann hat sie eine Sädle geführt und gesagt, und wie soll die Firma heissen? Aha. Ich habe gesagt, ja, kann ich das jetzt machen? Ja, das machen wir jetzt gerade. Und dann musste ich mir etwas aus den Fingern saugen, oder? Und weil ich gewusst habe, ich gründe die Firma, um die drei Bücher zu schreiben und vielleicht dann später aus dem heraus noch andere arbeiten, wo sich aber vor allem mit Texten, ich bin kein Mann vom Bild, ich bin ein Mann vom Text gewesen immer, oder? Und vom Wort. Also habe ich gesagt, Roger, die Rietexte. Gut, die drei Bücher und das, was du alles geschrieben hast, hast du eine gefragte Sache in diesem Fall? Also, bist du ausgelastet gewesen? Bist du gut beschäftigt mit Film, Fernsehen, drei Büchern und so weiter? Ja, ich sage immer, ich sage immer, ich habe über 100, 150 oder 140 Prozent gearbeitet, wenn ich das alles wirklich nach 42,5 Stunden zusammenzählt habe, normaler Arbeitszeit. Aber das ist ja so, wenn man selbstständig ist. und das andere, was ich auch immer gesagt habe, auf so Fragen, ich habe in meinem ganzen Leben kein einziges Akquisitionstelefon zu machen. Da bin ich sehr dankbar. Aber durch meine Tätigkeit bei den vielen Medien vorher, hatte ich natürlich ein breites Beziehungsnetz gehabt. Man wusste, was ich mache und was ich kann. Also im Gegensatz zu jemandem, der neu anfängt, hatte ich da nie Probleme. Hast du ein spezielles Drei-Buch gemacht, wo du sagen musst, das war besonders erfolgreich? Puh! Ja, also ich habe ... Also natürlich, die Kaffeeball-Drei-Bücher sind eigentlich die Grundlage von dieser ganzen Firmengründung, das habe ich jetzt ja gerade gesagt. ein anderes Kapitel von dir. Du hast einmal in einem Schweizer Spielfilm von Bernhard Safarig Das kalte Paradies mitgespielt. Das ist eigentlich ein Schweizer Film, der die schwarze Seite oder die dunkle Seite der Schweiz zeigt. Und das ist ein Farbfilm. Hast du dich da mal als Schauspieler probieren? Hast du das ausrutschen gesehen oder war das einfach mal so ein Rausch? Ich muss jetzt gerade studieren, hast du den Film gesehen? Ja, ja. Und was spiele ich dort von der Rolle? Ich habe eigentlich keine Ahnung mehr. Ich weiss es nicht mehr. Also dort hast du irgendwie, ich glaube einen Beamten gespielt. Okay. Und ich habe übrigens auch mitgespielt dort. Ah, jetzt. Ich habe Polizist gespielt dort. Siehst du. Also wenn du sagst Safarig fällt mir natürlich das Hunderennen ein. Das war das erste Film. Nein, das war das Kalte Paradies war das. Aber es hat Hunderennen geheissen. Und dort bin ich eben das erste Mal. Safarig ist ein Freund gewesen. Mit dem habe ich studiert. Ah, ja. Und dann nachher in der Safarig hat früher von Film drehen. Hat aber natürlich nie Geld gehabt, oder? Und hat darum immer den ganzen Freundeskreis aufgebaut. Und ich bin im Hunderennen ist es darum gegangen, dass ein Flüchtling irgendwie, glaube ich, für eine Glicken eine Laterne gemalt hat. Und dann hat er eine Glicken gebraucht. Und dann bin ich mit meiner Glicken im Allschweiler Wald habe ich am Samstag Nachmittag hier irgendeinen Take eingeübt. Ich musste immer wieder oben anfangen und wieder runterlaufen. Und ich war dort völlig atypisch. Ich bin eine Pfeiffer. Mhm. Und dann nachher ist das an sich das Projekt fertig gewesen. So bin ich zum Safarig gekommen. Und dann hat er mich wahrscheinlich in das kalte Paradies noch gefragt, ob ich dort auch mit mir kann. Aber du, es ist keine Erinnerung mehr da. Also ich habe keine Ahnung mehr, was und wo. Also der Film selber war ja kein Schmuckstück auf der Schweiz, oder? Ich weiss es nicht. Es war eine Ausweisung von einem Asylanten. Und so weiter. Aber wenn wir darauf eingehen, ob wir über den Film haben wir nicht gesprochen. Also ich war nie ein Schauspieler. Das muss ich jetzt gerade sagen. Gut. Beato, ich bin ja eigentlich nicht so gerne im Fernsehen. Ich habe Fernsehversuche gemacht vor der Kamera. Aber ich bin immer gerne wieder zurück zum Radio. Das hat mir einfach besser. Das hat mich schon wieder besser gelegen. Gibt es eigentlich einen Herzenswunsch, den du dir noch möchtest erfüllen in deinem Medienbereich? Ich meine, es ist banal, oder? Und eigentlich ist es der Herzenswunsch von allen Journalisten, die ja immer für das Tagesgeschäft arbeiten und schreibst eine Kolumne am Donntag, am Freitag über Feilsinn. Am Samstag kommt es in der Zeitung. Am Montag haben sie alle vergessen. Und wenn die einen ansprechen und sagen, du, ich habe die Kolumne gelesen am Samstag, hat mich noch gut und weiss ich selber nicht mehr, was es war. Also das ist so vergänglich alles. Und ja, dann sagen halt die meisten Journalisten und ich auch ein Buch. Also ein bisschen eine grössere Form mal wirklich noch zwischen zwei Buchdeckeln oder auf eine DVD oder auf einen E-Reader zu bringen, wie man heute das liest. Das wäre schön. Fasnacht, Basler Fasnacht. Du bist ja in Basler. Ja. Bist du sehr immer wieder in Basler Fasnacht? Lang gewesen. Also ich bin als wirklich klassische Fasnachtskarriere gemacht. Pfeifen bei der Jungen Garde von den Schnurenbecken, dann im Stammverein. Aber durch meine Berufsbedingungen natürlich auch schon sehr häufig Fasnachten dann auch nur halbwatzig gemacht oder gefehlt, weil ich ein paar Jahre lang für das Schweizer Fernsehen sowohl im Radio als auch im Fernsehen habe ich einen Querschnitt gemacht. Der Korte ist kommentiert, auch ein paar Jahre lang. Nachher auch bei Radio Basilisk, wo ich dort herangewechselt habe, ist sowieso mein Know-how als Fasnachtler gefragt gewesen, auch journalistisch. Da bin ich, ich sage jetzt, dass ich ein bisschen Bursche Kost die Tür war, um hier auf der Strasse um die Pfeifen drei Tage. Also dort habe ich eigentlich jahrelang, da bin ich nicht aktiv war, sondern im Fasnachtsch Journalismus tätig. Das hat sich nachher bis 2012 habe ich dann mit dem auch aufgehört, noch hingezogen, indem ich immer für die Reisat, der Satelliten-Sender ist vom Schweizer Fernsehen, die haben das Signal, also die Bilder und den Rotton übernommen vom Schweizer Fernsehen und ich habe dann einen schriftdeutschen Kommentar gemacht. Also ich habe die Fasnacht sowohl als aktive immer erlebt, 50 Jahre jetzt oder noch länger, als aber auch immer als Journalist begleitet. Aber du warst auch im Basler Scharivari tätig, oder? Was hast du da gemacht? Ja, das habe ich, so der Gründer. Also irgendeines Tages, wo das Drummeli dort als einzige Veranstaltung immer ausverkauft war, haben so ein paar Gleibasler Original im Schauf weg gesagt, jetzt machen wir eine Gegenveranstaltung aus dem Volk für das Volk. und Armin Fasnacht hat das aufgenommen und hat dann Kumpanen gesucht, der ihm da helfen, hat den Hebsen gefunden, hat er heute erfolgreiche Gleittheater-Mann, der für Dramenstücke geschaut hat und für Text und ich war dann eigentlich Produzent von dem ersten Scharivari und habe es dann sieben Jahre gemacht. Ich glaube, der Rotröne war dabei, oder? Der Rotröne war eine unserer erfolgreichen Banken dort, Lückenbüesser. Ja. Also das ist natürlich eine grossartige Zeit gewesen. Im 2006 bist du ausserdem Medienbeauftragter von der evangelisch reformierten Kirche gesehen, vom Kanton Basel-Stadt. Was hat dich denn an den Job geritten? Hast du mir irgendwelche Sünden abgebeten oder auch gut gemacht? Es ist interessant gewesen, oder? Ich bin ja an sich auch immer der Meinung zu der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Meine Jungs sind konformiert worden. Ich bin selber in der Matthäus-Gemeinde von dort her noch ein bisschen involviert gewesen. Und dann hat mich einmal der Pfarrer Fürst gefragt, ob ich nicht für ihn in die Synode oder das Kirche-Parlament gehen würde. Und weil ich damals gerade in Zürich gearbeitet habe und versucht habe in Basel auch noch meine Kontakte und mein Netz gehalten, habe ich gesagt, ich mache das. Und ich war dann ein paar Jahre in der Synode und habe dann auch geholfen, dort der neue Kirchen-Rats-Präsident, der Lukas Kundert, zu wählen. Und ja, man hat dann dort Kontakt gemacht. Hast du auch ein Hobby, wenn du überhaupt noch Zeit hast für ein Hobby? Also es ist auch so banal, wenn man sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber es war wirklich so, vor allem in diesen Zeiten beim Radio oder beim Schreiben habe ich immer das Gefühl, ich schaffe gar nicht. Oder? Ich habe einfach Freude an dem, was ich mache. Also es ist ein Steck und Pferd. Und darum habe ich dann auch, ich habe mit 65, habe ich einen Haufen Kollegen gleichen Alters, die so ein bisschen gekämpft haben und gebissen haben daran, dass sie eigentlich von einem Tag auf den anderen von 100 auf 0 runtergefahren worden sind mit ihrer Arbeit. und sich dann mühsam irgendein Hobby suchen, oder? Und ich habe immer gesagt, das ist eines der grossen Privilege, wenn man sich rechtzeitig selbstständig macht und eben auch Erfolg hat, dass man sich eigentlich kein Hobby suchen muss. Aber was ich auch immer gerne gemacht habe, eben neben der Phase nach. Also für mich ist es eben auch Beruf und Hobby gewesen. Aber was ich wirklich nie beruflich gemacht habe, ist Kochen. Darauf wollte ich gerade kommen. Das habe ich vermogen, dass du in einem Kochklub bist, oder? Vor mehr als 30 Jahren haben wir das auch. Ah ja. Schon bereits erwähnt, Armin Faes, der hat eine Journalistenküche gemacht, da war Hans-Rödi Ledermann dabei, und ich dabei, der andere in der Müllhaupt, sonst noch ein paar in der Journalie, der Basler. Und dann haben wir uns einmal im Monat zum Kochen dort einmal im Personalrestaurant von Mielmoly an der Reppgasse, das gab es dort noch, später im grossen Restaurant. Dann haben wir in der Küche an der Bebergasse, aber dieser Kochklub hat sich alle Monate einmal getroffen, zusammen gekocht, eingekauft, immer zwei sind verantwortlich gewesen für das Einkaufen. Eingekaufen, ja. Mielisten und so weiter. Das hat sich bis auf den heutigen Tag gegeben. Wir kochen jetzt nicht mehr jeden Monat. Es ist auch eine andere Crew jetzt, es sind andere Mitglieder. Aber es hat sich ein bisschen geändert. Das hat sich geändert, das Personal hat sich verändert und wir kochen jetzt bei Jeanette Bourne in der Kocherei an der Metzler-Schloss machen nicht mehr alles selber. Wir machen ja ganz spezielle Koch-Events, gell? Ich habe gehört, also nicht normal, so was wir Schweizer essen, sondern etwas auswertige Sachen, so Thai oder so irgendwas, oder? Ja, wir haben natürlich alles ausprobiert, oder? Das ist dann auch ... Aber ich meine, im höheren Sektor, nicht einfach nur Thai, ich weiss, denn ihr habt ja schon jemanden gehabt, der euch hier speziell beinstruiert hat, oder? Ja, wir haben natürlich sogar eine Reise gemacht, oder? Also wir sind ... Wir haben im Kochclub den Ueli Blaser, das ist einer, der früher noch bei der Messe gearbeitet hat, heute organisierte Reisen, und der ist mit uns 1999, glaube ich, war es, mit 12. hoch, sind wir also 10 Tage in Thailand gewesen und haben, äh, haben, äh, kocht an verschiedenen Orten, wo dann natürlich die, die Kochkurs, äh, ein Teil vom touristischen Angebot sind. Ja, wir haben sehr viel über dich erfahren. Hey Peter, hättest du mich nicht noch fragen wollen, ob er ein grosser Rot wird? Achso, ja, 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 stimmt ja, ja, stimmt ja, genau. Eben, politisch, wäre das nicht auch noch eine Option für dich, so ein grosser Rot mitzugehen in Basel? Oder hast du das schon? Ja, das kann ich jetzt nicht mehr, weil jetzt ist seit dem 1. Februar ist mein Sohn bei den Grünen. Oh! Er ist nachgerutscht. Oh! Aber eben, also Politik ist für mich nicht im Vorkommen, weil, äh, damals haben wir noch, zu seiner Zeit haben wir noch sauber getrennt, also Journalisten haben keine Politik gemacht. Ich würde sagen, Roger, wir haben jetzt wirklich sehr viel von dir erfahren. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Es war interessant, die Sachen von dir zu erfahren. euch, liebe Zuschauer, hoffe ich, es hat euch auch gefallen und, äh, Interesse geweckt und, ja, wenn sie wollen und wenn es euch gut tut, wäre nett, wenn ihr den Kanal abonniertet. Ansonsten, merci nochmals fürs Zuschauen und fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder irgendjemand interessanter vor der Kamera habe. Asche, Dankeschön, merci viel Wohl. Danke auch, guten Besuch.